Huu da draußen! Hallo! D Rigoliood Rööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööhrer Da unten waren Vieh, ne? Dave! Move! Move, Dave! Oh scheiße! Oh scheiße! Ehche.. alter du dreckst Limon Was dafür kann ich doch nix? Đây! Nein! D stitch yeoh,ald Ich spreche einfach nicht für die peinlichsten Ja, wo seid ihr? in den Tod ein Eines Ich will auch! Ich will auch! Einer nach dem anderen springt in den Tod. Yeah, yeah, ja, aber Crystal. Ich hab Crystal Meth gefunden, yeah. Was? Du hast ne Mettwurst gefunden? Wo? Oh, cool, Mettwurst. Ich hab Bock auf Mettwurst. Ah, aber da hat jemand die Margarine alle gemacht und hat keine neue gekauft. Kann das sein, dass du irgendwie grad Bock auf alles hast? Ja, irgendwie schon. Ach, Gewürzgurken wären jetzt auch nett. Oh ja, da sagst du was, da sagst du was. Sag mal Dennis, was ist denn da unten? Lava. Da, da kann ich auch stehen. Fails aus! Oh nein! Ah, nein! Oh scheiße. Grillt das Hügelchen im Bauch. Daumen hoch für den dritten Vogel. Oh man, weißt du, du springst gerade rein und genau in dem Moment hab ich drüber gebaut, ey. Das ist doch richtig drüber, würd ich oben machen. Das tut mir furchtbar leid, das war nicht beabsichtigt. Ja, 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 ja. Immer der Vogel, immer auf den Vogel. Tschüss. Ah, knapp daneben. Oh, das ist viel Geld, das ist viel Geld. Geld, geiler, sag du. Immer auf den Vogel drauf. Sag, wieder verbaut. Da fackelt jemand. Magst du mir mal Bandagen gleich rüberwerfen? Du hast immer noch meine Bandagen. Ach ja, 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 ich hab deine Bandagen noch, ne? Das ist korrekt. Ich schmeiß sie ins Feuer. Korrekt. Hier ist kein Feuer. Uh, korrekt. Ich schmeiß sie in die Lava. Oh. Ah, hier seid ihr Kacklappen, ja. Geil. Ach, sag, du bist mir schon unten. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Du wörst mich rächen. Wie kann das sein, dass das hier so kalt ist? Wahnsinn. Sind die gerade alle angelockt? Nö, 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 nö. Ich hab mir nichts zu tun. Fuck, ey. Ich hab mich gerade einmal richtig vergriffen auf der Tastatur. Vergriffen? Richtig windlos angemacht, oder was? Zum Glück hast du das denn zugefügt. Angriff. Falsch. Ich wurde mich einfach hier durch. Cool, die explodieren. Was explodiert? Ich hätte gerade nur fast den Link von dem letzten Film, den ich kopiert habe und in den Chat geguckt habe und in den Chat kopiert. Ist doch geil. Ja, ne, ich glaube nicht. Und wieso? Nein, Quatsch. Hab ich nicht. Was hast du denn geguckt? Jetzt kannst du gerne näher darauf eingehen. Was hast du geguckt? Nein, das möchte ich nicht erzählen. Okay. Das hat die Leute nicht zu interessieren. Also Yopon, also. Das ist privat. Was ist das hier für ein Gestein? Also, er steht auf spezielle Videos von leicht bekleideten Frauen und so. Quatsch, kommst du darauf? Leicht bekleideten Frauen. Ich bin auch gerade leicht bekleidet. Magma Rock. Zeig mal. Ja, du bist ja leider verbrannt, ne? Nein, ich bin heiß. Das ist was anderes. Nein. Du bist heiß. Boah, Alter, bin ich tief gefallen. Ne, tief gesunken. Tief gesunken. Das sowieso, aber gefallen auch. Gerade. Weißt du, interessiert ihn nicht das Kupfer? Weißt du, da macht der Glieder weiter. Ah, da ist einer. Guck mal, da kuck mal ruhig mit, das ist geil. Oha. Hat jemand Fackeln? Ja. Ja. Schön, kannst du mal eine schenken. Ich habe nur 172. Warum ist Tewisor da oben? Ne, mit der Karren. Wer der Weihnachtsmann bin. Ne, Karren ist das. Warum bist du da unten? Ne, Karren ist das. Der Dude ist am Start. Juhu, yeah, ich bin auch dabei. Ja, hallo. Oh, weil unten ist Karren. Oh. Oh. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ne, ich will lieber das hier. Oh. Ich gebe mich auch mit Kupfer zufrieden. Echt? Ich nicht. Glaub mal runter, Burdel. Ich nehme die Pixel. Muracher. Ja. Mhm, Leute, erzählt doch mal was. Was geht denn hier ab, ey? Es ist still ohne Futuma hier. Ja, weil Futuma immer Röhren tut. Ich kann ja nicht erzählen. Will da keiner meinen Mecker hören, hier. Oh, ja, hier ist Kohle. What the fuck? Kohle. Kohle, 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 Kohle. Wer war so raffiniert und hat da die Backel hingekaut? Das war ich. Ich wollte eigentlich daneben auf dem Bahnhof, aber nicht richtig hingeguckt, wo eigentlich meine Maus sitzt. Hm. Hm. Amateur. Ja, wirklich, wirklich. Loops-Style. So sieht's aus. Dilettant hoch 10. Willi ist das, glaub ich, nicht wie ein Gladiator mit Umhang rum. Ja, Leute, mal. Das sieht sehr beschissen aus hier gerade. Das ist... Der Futuma hat mich so eingekleidet hier. Der gute alte Schmiedmeister. Guck mich mal an, ey. Das ist ja mal... Das musst du jetzt nicht auf Futuma schieben. Du bist, ey. Du siehst aus wie ein Sailor-Krieger, ey. Ja. Ich bin Sailor-Dude. Uhu. Uhu. Sailor-Dude. Yo, Junge. Zack. So, mal gucken, wie tief das hier runter geht. Oh, ich werde spannend schlinken in diesem Video. Ihr bitte? Der User, der hält sich schön ruhig, aber der farmt hier die geilsten Ärzte. Ja, also sind wir nicht geil, oder was? Nein. Sade. Wir haben ja bloß den Weg nach hier unten gebuddelt. Hm. Jo. Fimmlich uncool. Jo. Fimmlich uncool. Jo. Herr Karren, sind Sie noch da? Uhu, hallo. Ich bin da, ja. Ah, wunderbar. Ich bin der Karrenhanze hier, K.O. Ach so, okay. Ja, man hört von dir nichts mehr. Ich dachte, du wärst irgendwie... Tod. Weg. Ja, nö. Ja, gestorben im Let's Play. Glücklich. Glücklich. Ja, gut. Oh, oh, oh. Warte, ich leuchte einfach mal und du läufst mal vor. So. Boah, dieses Magma... Oh, das ist Platin. Das ist... Oh, heavy. Das ist schwer. Ja? Mhm. Aha. Na, guck mal, da hinten ist irgendwas. Scheiße. Aua, Silber. Oder so. Nein, nicht die... Da unten scheint noch was Interessantes zu sein. Siehst du das auch? Guck mal, guck mal. Jetzt sind die anderen Affe. Oh, oh. Ach so. Oh, okay. Dort ein Wasser. Okay, doch nicht so interessant. Nein, hier ist... Aber du kriegst keinen Schaden, wenn du hier unten bist. Die kriegen gar nichts mit hier, ne? Nein, nein. Was ist das denn? Guck mal, machen wir nicht. Die wir in der eigenen Welt. Ja. Oh! What the fuck? Oh, Leute. Jetzt so ein Döner-Teller, ne? So richtig schön fett Zwiebeln, zertzig. Allem drum und dran. So richtig... Döner-Teller. Ja. Egal, Döner-Box wäre auch krass. Eine Döner-Box? Döner-Box. Das ist doch hier so was Döner mit Pommes und so ein Kram gemischt, ne? Alles in eine Box rein, richtig. Oh, einfach nur Pommes hier mit Mayo, ey. Pommes für... Ah! Ne Pommes für... Ah! Mit Mayo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Und du fällst noch weiter. Yay! Ich bin unten angekommen. Was geht? Hast du doch ein paar Bandagen für mich? Ja, ich hab noch ein paar. Warte. Sieht schlecht aus. Muss ich erst mal kurz abbauen. Oh. Ja, genau. Abbauen ist... Au! Alter, gib mir bitte jetzt die Bandage. Ich bin gegen das Ding nochmal geknallt. Haha. Du bist gegen das Denkmal geknallt? Mann, die kommt schon... Du musst dich auch schon nehmen, wenn die da liegen. Okay. Gibt's denn Feuer? Ja, ja, ja. Dave, wolltest du nicht irgendwann runterkommen? Ja, irgendwie wollte ich mal... Warte, 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 komm. Ich werd's jetzt so machen. Ich werd das Schiff kapern und einfach mal, ja, rumfliegen. Naja, dann hol dir mal ein Schiff mit kapern. Oh, jetzt fühl ich dir ja so. Das ist ein italienisches Schiff, ne? Und dann sehen alle Leute, wie du dann durch die Gegend fliegst, oder was? Ja. Ja, irgendwie sieht dann keiner was, ne? Was hast du dann davon, mein Freund? Solange Kehl anderer auf seinem eigenen Schiff ist, kommt er da eh nicht hin. Ach so, ja. Er kann ja nur sein Ei gekapern. Nope. Ey, stimmt das? Kann ich jetzt nicht zu dir zum Beispiel noch... Nicht das Ehreste, ne? Doch, glaub ich schon. Ne, dann mach mal. Da, ich brauch aber noch, ähm... Ja, jemand, der auf dem Schiff ist, ne? Ne, Treibstoff. Na dann, kaper mal unsere Truhen. Wir fahren eigentlich die ganze Zeit extra Kohle für Stahlbahnen, aber... Aber mach... ist... kein Ding, mach mal, mach mal, mach mal. Oh, mein Schum. Ich glaub, das ist ein Schillok. Ein Schillok? Wo? Da, in Pink. Unterirdisch hier bei uns. In Pink. Ne, eklig. Fui. Bah, ekelhaft. Und McDonalds hat ne Farm, du. Ja, 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 oh. Oh, das ist auch ganz schön was mit tun. Ich komme mir vor, wie ein Männer kam. Ja, 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 ja. Ich guck mal, das ist so schön. Dann kommt da Ronald und bläst deinen Farm. Ja, 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 oh. Äh, was machst du, Herr Cousin? Und ein Cousin hier und ein Cousin da. Äh, ich hab keine Fackeln mehr, du. Kannst du kurz mal auskundschaften, ob hier irgendwo in der Nähe noch was ist? So. Wollen wir mal runterbuddeln? Ja, wir wollen gerade da nach unten. Ja, oder die... Ja, keine Ahnung. Okay, ist ja nüscht. Wollen wir mal runterbuddeln? Komm aus der anderen Idioten hier zurück. Hör auf, unsere Idee zu klauen mit dem runterbuddeln. Wir haben zuerst die Idee gehabt. Patent und so, ja. Wo sieht man da aus? Na dann, lass uns halt. Worauf scheißt du? Auf Wasser. Ich scheiß auf Wasser, ich brauche keine Luft. Nein, mach nicht, das ist mein Lebensraum. Ey, da steht... Guck mal, wie die Platin hier drüben lassen. Wisse, die sind doch da im Lack gegangen. Ne, sind wir nicht. Na klar, da haben wir euch doch gesehen. Nein, wir sind runtergefahren. Richtig, wir sind runtergefahren, da konnten wir gar nichts sehen. Ups. War alles geplant, aber ist okay. Verdammte Dilettanten. Verdammte Elefanten. Was für Elefanten? Irgendwelche Elefanten. Mach mal Licht. Licht, ich sehe nichts. Wo sind Elefanten? Wie ist das Zauberwort? Bitte? Ich glaube, der Elfte macht echt gerade irgendeine Scheiße. Der ist nämlich nicht mehr auf dem Planeten. Der Elfte macht sowieso immer irgendeine Scheiße. Hä? Was? Hast du schon mal was Sinnvolles von dem gehört oder hier gesehen? Wahrscheinlich noch nicht. Ich noch nicht. Wieso geben wir dir überhaupt Ausrüstung, wenn er aber nur Scheiße baut? Ja, ich weiß es nicht, ne? Damit er sich wieder verscheißen kann. Vogelscheiße. Exakt. Wir können dich auch nur noch Kotflügel nennen, wenn du so weiter rumholst. Kotflügel. Kotflügel. Das ist super. Das ist nicht wahr, wir sind runtergefallen. Nein, das ist doch schön, dann fallet er wieder hoch. Jetzt dürfen wir auch nicht runterfallen, weil ihr Patente animiert habt oder wie. Das ist korrekt. Erst wenn wir sterben durft ihr wieder. Nein, 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 ich habe so einen krassen Tinnitus im Auge gerade, alter, übertrieben. Hast du gestern Mario Bart geguckt oder was? Ja, ich sehe überall nur Pfeifen. Alles klar. Kannst du sein, dass du jetzt auch gerade keine Fackeln mehr hast? Ja, ich bin einfach zu voll, wenn sie zu setzen. Ach so, okay. Oh, weißt du, hier unten Knauser mit Fackeln und du? Ich habe quasi unendlich davon. Der Futuma hat mir letztes Mal hier irgendwie 100.000 hingeschmissen. Deswegen müssen wir jetzt hier runter Kohle sammeln. Genau. Scheißdreck hier. Ach stimmt, der hat ja Fackeln gemacht letzte Woche. Du musst dann mal bei der Legen halt zusammenzählen, wie viel Stahlbahn wir alle einbrauchen. Na jo, wie es aussieht, kann ich doch nicht wegfliegen, verdammt. Oh, guck mal, ich kriege das Wasser ab. Die Erkenntnis des Tages. Cool, komm, lass mal runterfallen. Okay, kannst du nicht? Ich habe Patent drauf. Weiß nicht. Hast du die Kohle nicht gefunden oder? Oh, guck mal da. Also doch, habe ich gefunden. Das ist mein Patent. Ich frage schon mal anders, hast du die Kohle? Ich komme nicht auf den nächsten Planeten. Ich komme auf den nächsten Planeten irgendwie. Was ist da? Ich frage mal anders, hast du die Kohle schon in deinen Raumschiff gesteckt? Ich habe sie in das andere gesteckt von Dingens hier. Ist das jetzt Diamant oder ist das? Gaming Dude. Ich habe keine Ahnung, was wir haben wir gleich sehen. Kann wahrscheinlich gar nicht sein, wie würdest du denn auf Gaming Dude deinen Raumschiff aufkommen? Egal, wie viel Kohle hast du in den Rinden steckt? 27. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sopi. Also hast du doch mal Geldvolles gemacht, wa? Sopi. Wieso kriegst du die ganzen Diamanten? Leute, wir brauchen dann 27 Kohle Stücke mehr. Weiß ich nicht, ich stehe neben dich. Hier, hier. Ich stehe neben mich, ja? Ich stehe neben mich. Bist auch voll neben dich. Alter, kauf die Tüte Deutsch. 1 Gold 80 hier bei Zemann. Geld an sich. Was, bei Zelda? Ja, bei Zemann. Zemann. Zemann, gibt's das nicht in Osten oder was? Ey, Zemann. Ich bin nicht im Osten. Ja, wie, du bist nicht in Osten? Wo bist du denn? Loll. Im Westen? Nicht im Osten. Herrmann, ich kann auch reden wie Pole. Ich bin Pole, weißt du? Ich kann echt sprechen so, ne? Oh, liebst du Banane? Ja. Nein, nein. Ich, äh, ich liebe BMW. Weißt du? Da kann man schön einsteigen. BMW? Oh, ich glaube. Ja, vor allem, wenn ich gehört mir, ist es am schönsten, ne? Weil da kannst du auch gegen Wand fahren und Kratzer machen. Hier ist ganz viel Lava. Das ist ein ganz gefährliches Pflaster hier. Ja, aber das kriegen wir hin. Pass auf. Der Kachen ist heute irgendwie so, äh, ikognito so ein bisschen, ne? Er ist zwar da, aber dann irgendwie doch nicht. Ja, ja. Warte mal, guck mal, da unten, da ist irgendwas. Musst du unbedingt was essen? Junge, was ist los? Hast du Liebeskummer oder was geht ab, mein Freund? Erzähl mal. Liebste Sandra. Nein, danke. Wieso machst du eigentlich andauernd Videos von irgendwelchen nackten Weibern? Stille. Ach, Stille. Ich zeichne nackte Weiber, damit wir natürlich mehr Abonnenten bekommen, weil wir Abonnenten geil sind. Warte, 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 nicht weiterbuddeln, nicht weiterbuddeln. Das klingt plausibel. Ich sag ja auch nur. Ich sag ja auch nur. Ey, komm, warum sollte ich wirklich, wieso sollte ich sonst Frauen zeichnen, die leicht bekleidet sind, hä? Ja, also, weil du einfach mal attraktiv bist. Als Männer, die leicht bekleidet sind. Eindeutig, ja. Eindeutig. Ich meine, wir brauchen ja keine weiblichen Abonnenten, wir brauchen anscheinend nur männliche. Deswegen zeichne ich auch nur die männlichen, die weiblichen Abonnenten. Das ist durchaus clever, ja. Was willst du da unten? Da unten ist zu Ende, ne? Ich mach so lange, bis es nicht mehr weitergeht. Ey, aber das ist doch schon zu Ende jetzt da. Ja, von mir aus soll ich halt sterben da unten. Nein, du stirbst jetzt nicht. Verdammt! Doch, ich hab das... Oh, so viel buntes Zeug hier unten. Wie geil ist das denn? Buntes Zeug. Warte, wenn du sterben gehst, kannst du mein Zeug mitnehmen nach oben bringen? Was? Das ist sicher. Er schmeißt runter. Ich benutze dich jetzt... Ja klar, ist geil. Aber vergiss nicht dein ganzer Erz. Boah, hier ist halt der ganze Zoo hier. Berlin, Junge. Immer, komm, schmeiß mir alles runter ins Loch hier. Okay, ist klingt komisch. Oh, yeah. Nein, das klingt komisch. Ich nehme alles zurück. Junge ist der, der am komischsten von uns allen ist. Ich war das gar nicht. Hallo? War das, war das jetzt alles oder kommt da noch was? Warte, da kommt noch was. Ich musste das nur erstmal in die Leiste rein. Scheiße. Scheißen? Ich möchte das Wort hier nicht mehr hören. Okay, kacken. Ich möchte dieses Wort auch nicht mehr hören. Warum nicht? Keine Ahnung, nur so. Gold. Oh! Oh! So, fertig? Ja, ich bin fertig. Ich muss mich jetzt umziehen gehen. Guck dir, guck dir, guck dir den Kachel an. Wir müssen ein bisschen epische Musik hintermalen, bei dem wir uns feiern. Kachel, er ist unser Held. Kachel, wir kämpfen viel Geld und viel Geld. Kachel, mein Superheld. Kachel, der kriegt eine eigene Titelmelodie. Die genau, lass mal machen. Und scheiß. Ah, herrlich. Da gibt's doch bestimmt irgendwas. Mit der Indiana Jones-Melodie druntergelegt, so. Ich seh schon, dass wir irgendwann ein Intro haben werden, wo dann so die ganzen einzelnen Charaktere aufgestellt werden, so. Mit Kachel und Gaming-Dude. Und dann kommt immer so eine epische Musik dahinter, so. Das war mal der Intro. Yeah. Kein Dubstep. Aber hier ist wirklich zu Ende, ne? Hier geht's nicht wirklich viel weiter. Boah, Alter, du. Wenn du bekommst hoch, oder? Ja, ich seh's grad. Gold. Gold, gold, gold. Ich komm nicht mehr hoch. Und Eisen, Eisen, Eisen. Und noch irgendwas anderes, was da oben ist. Ja, ja, Silber. Was ist das? Was ist dies? Was ist das? Ja, aber das... Na, hier kommt das Erplatin. Warte da drüber, über dem Eis. Und was soll ich denn da unten im Loch? Dann bin ich ja tot. Man kann nicht so schönes finden. Also ich lebe noch. Wohin? Nach Nussloch? Ne, ne, ins Loch. Was gibt's denn denn noch? In Nussloch gibt's Handtaschen. Mh. 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 Kennst du, kennst du Staubsauger? Kennst du? Ja, kennst du, kennst du? Nee, kennst du, kennst du? Nee, nee, nee. Halt die Fresse, du. Alter, hab ich dir noch ganz lustig, aber irgendwann nervt's einfach. Alter, kennst du, kennst du, kennst du, kennst du den Laptop? Kennst du den Laptop? Ja, der auf dem Flughafen hier, der Laptop, ne? Laptop. Kennst du nicht, kennst du, kennst du, kennst du Laptop? Kennst du nicht Laptop? Nee. Und kennst du Flüschigkeiten? 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 Ja, Flüschigkeiten. Flüschigkeiten? Flüschigkeiten? Eine Liederflache ist scheiße, aber zweimal von 500 ist besser. Das ist richtig. Ich muss sagen, das fand ich dann noch lustig, also. Ja. Nee, irgendwann kannst du den Kerl nicht mehr hören, also. Wo tust du? Leute, ich sehe gerade, dass unser Part zu Ende ist, ne? Und wir sollten uns jetzt mal verabschieden hier. Schon wieder? Seit einer halben Stunde wahrscheinlich schon. Wieder seit einer halben Stunde überzogen, aber ist ja egal. Ja gut, der moderiert diesmal ab. Letztes Mal hat das der Dave gemacht, auf sehr intellektuelle Art und Weise. Die beste Abmoderation, die ich bis jetzt überhaupt gehört habe. Letztes, ich würde mal sagen, der Death Sims ist an der Reihe. Moderier mal ab, mein lieber Freund. Jo, das war's dann auch wieder für, was haben wir gerade gespielt, Starbound war. Ich weiß es nicht. Ja, das war's dann mit Starbound. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Tschüss. Voll unprofessionell. Voll unprofessionell.